Willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Emerald Green. Ihr hört es vielleicht, ich habe es fast hinter mich gebracht, meine Erkältung oder besser gesagt meine Grippe loszuwerden. Aber sie wurde nahtlos durch meine Pollenallergie ausgetauscht. Ja, was will man mehr? So, ich kann ja hier immer noch nicht die nächste Arena machen. Meine Hoffnung ist jetzt, äh, nein, das wollte ich nicht. Meine Hoffnung ist es jetzt, irgendwie den Hack doch noch abschließen zu können. Ähm, Zivillian, Saffronia, nee. Äh. Und nun. Ähm. Doch, das war's, oder? Genau. Dass wir wieder zurück zu den Islands fahren können und sich dort irgendwo Sabrina auffällt oder der Hack ein bisschen umgeschrieben wurde. Wer wird jetzt sagen, Tripas, ich würde gerne, ich würde nämlich gerne rübertreiben und mal schauen. Dann auf Island Nummer vier oder sowas ist nämlich Team Rocket zugange. Ich gucke mal, ob der noch was für mich hat. Oh, how have things been for you? Oh, is that right? You have caught more Pokémon? Do you know what? Maybe I can be useful to you. I'm modifying the network machine right now. I'm changing so it can handle trades over long distance. If you need to be trading for exotic Pokémon from trains far away. There is a slight catch. But that link worked, the machine needs a special gemstone. Supposed to be on one island, but I haven't found it. Who knows? Okay, genau. Der braucht also diesen Jam da. Und ich habe ja so viele Möglichkeiten, habe ich ja eben nicht. Ich habe ja, wie ihr seht, nur die drei Islands zur Auswahl. Deswegen gehen wir einfach mal überall durch, wo ich noch nicht war. Nein, sie ist nur eine Ding, ist eine Trainerin. Ich weiß, dass hier irgendwo noch ein Team Rocket Versteck ist. Gut, ich bin eh overleveled, deswegen tue man da auf Bomb, das können wir spulen. Na, der hat nur eine blöde Mauzis. Ah, natürlich werde ich wieder paralysiert. Ja, wo ich selber ein Donner-Pokémon bin. Nein, nein, ist okay. Oh, come on. So, gib Gomi, mein Mann. So. Äh, top, äh, iron. Ja, ja. Das ist so ein bisschen Verschwendung, aber ist ja egal, so. Aber vom Level her sind die Pokémon mir hier schon ebenbürtig. Deswegen bin ich mir eben schon nicht sicher, ob das vom Heck nicht so gewollt ist, dass wir uns hier in den Islands zuerst aufhalten. Denn wenn das nicht der Fall wäre, dann, ähm, ja, habe ich ein Problem, weil dann kann ich den Heck nicht zu Ende spielen. Und das, nein, das hat einen Boden. Ach, das geht. Bom. Ja, okay. Ja, gut. Spulen wir mal. Weißt du, ich berühre ihn nicht mal, aber ich werde vergiftet. Das ist gutes Game-Design, meine Freunde. Draußen mit dir. Brrrr. Äh, ja, das ist ein Warni. Nein, 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 nein. Das ist okay. Wum. Wum. So. So, jetzt müsst ihr euch da kurz ein bisschen, leider. Och. Bullshit. Äh, Thunder Punch. Wum. Äh, ja. Wum. Wum. Gut. Äh, Giga Drain. Wum. Level 40 ist er auch sehr schön. Dem seine, seine Box ist verschoben. Ach, kacke. Ja, okay. Okay. So, sehr schön. Ist etwas langweilig, ich weiß. Aber so. Light Fire Ember Spa. Genau, hier ist er. Das ist Spa. Die man sich heilen kann. Warum? Ich gehe in meinen ganzen Klamotten hier rein. Natürlich, natürlich. Genau. Sonst ist hier ja eigentlich nichts. Es ist wirklich nur praktisch, um sich aufzuheilen. So, jetzt würde ich mich aber trotzdem fragen. Weil hier oben kann man nämlich auch Dings sich holen. Also, wenn man das möchte. Hier oben kann man Lavados fangen. Mount Ember. Genau. To a last. Let's go. Genau, wir haben hier. What? You forgot the password? Actually, too. Das ist golden. Need a lock. Und the second one ist. Hey! Es ist nur so listening. Hallo. Na, meine Freunde? Na ja, aber hier geht es wenigstens weiter. Vielleicht werden wir auch hier auf Sabrina treffen. Ein Kubo. Na, ist gerade der falsche. Probieren es trotzdem mal mit. Ne, wir können ja wechseln. Dann ist er dann Level 40. Dass sie dann alle etwa die gleichen. Wenn wir spulen. Wum. Äh, Murroth. Wum. So. Sehr schön. Äh, what? Why do you have to win? Hallo. Trying to hornen our treasures. Don't bet on it. Okay, dann schauen wir mal. Ratata. Okay, das können wir auch spulen. Thunderpunch. Wum. Wum. Äh, so, das kann man sich auch so machen. So, der ist weg. Jetzt müssen wir aber wechseln. So, wum. Das können wir nämlich spulen, weil das ist nicht sonderlich spannend. Ja, das ist ein Grunt-Dinger. Ja, hast du super. Danke. Die, develop am Nisha convention forget everything you have. What a saddleback. We have to regroup. We don't even think about taking a step inside. If you know what's good for you. Also, wir gehen aber trotzdem rein, weil wir eben so nette Kerle sind. Ja, jetzt haben wir hier natürlich all die wilden Pokémon. So, schauen wir mal. Lalalala. Oh, hier ein Kleinschein auf Level 42. Das ist natürlich schon, schon ein harter Tobak. So, jetzt müssen wir ein bisschen schauen. Wenn wir das machen wollen. Also, bis hier müssen wir schieben. Jetzt müssen wir eben aufpassen. Das wäre uns hier nicht. Jaja, Schneckmarkt, das machst du super. Mein guter Freund. Nervig mit diesen wilden Pokémon, immer. Okay, wir können sowieso. So, jetzt müssen wir überlegen. Ich glaube, wenn ich ihn hier runterschiebe, dann komme ich hier einfach durch. Da unten wird es weitergehen. Ich würde trotzdem gerne mal hier noch weiterschieben. Wo es hier denn hingeht. Ja, das machst du super. Geh jemandem anderen auf den Keks. So. Hier geht's. Das ist mal ein guter Text. Findet ihr nicht auch? Ähm. Found a Ruby. Keine Ahnung, was das heißen soll. Aber egal. Gehen wir mal noch auf die andere Seite. Können wir ja auch noch gehen. Ja, und die Nervensägen sind natürlich auch am Start. So. Super gemacht. Den müssen wir jetzt gerade mal leben. So. Ich müssen wieder ein bisschen überlegen, wie wir das am besten machen wollen. Aha, okay. Den schieben wir hier rüber. Schieben den rüber. Schieben den rüber. Ja. Und dann sind wir dann gleich bei der Treppe. Wenn man uns das hinführt. Wenn man uns das hinführt. Das weiter nach oben. Dann haben wir die Abkürzung gekriegt. Ja. Also keine Ahnung, was das da mit diesen Tafeln auf sich haben soll. Aber. Nichts Gutes jedenfalls. So. Wir können zum Glück hier eine Abkürzung nehmen. Und wir einfach nach unten fliegen. Und dann ihm den Ruby geben. Das reicht aber noch nicht, wie man sieht. Oh. Und jetzt. Hier. Nimm den Ruby, my man. Thank you, Zidu. You're simply amazing. Amazing. Shine forever. Okay. Well, I was studying a gemstone. That is actually important. There's another gem that forms a pair with the Ruby. Savi Island. Okay. Wir müssen auf die Savi Island. Na. Wie immer natürlich, wenn ich am Pokémon aufnehmen bin, updatet sich irgendein komisches Ding. Warum auch immer. Gut. Also. Wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, da hat jetzt ein Ruby. Und wahrscheinlich das nächste, was wir finden werden, ist ein Zaphir. Natürlich Rubin und Zaphir. Äh. Two, three. Three, four. Oh, jetzt müssen wir mal schnell kurz gucken. Also. Was war denn nochmal? Nummer vier. Wenn ich gerade bin. Gary, das alte Stück. What? Hey, Zilu. What are you doing here in Savi Island? You should quite cope with me, you know. Anyways, I already got my Pokémon X. I'm done with this island. Heh. But I bet you don't even know about the Pokémon. Hey, you finally fill your national points. By the way, it's as I'm on the phone know on this island. Let me look around. Okay, er hat jetzt gesagt, hier ist jemand, den wir beide kennen. Wenn das natürlich Sabrina wäre, dann weiß ich, dass ich den Hack noch weiterspielen kann. Mal hier mal rein. Da sind zwei Dicke. Das können sie nicht sein. Das auch nicht. Aber das Einzige, Alorelai. Alorelai ist mir ja nicht Wumpe. Also, ich möchte gerne Sabrina sehen. Na, Schwabi. Gehen wir hier mal rein. Icefall Cave. Gab's die Icefall Cave schon immer? Ich hab's nur nicht gecheckt. Wall of Water, Strashing Down. Ah, okay, nee, ich hab keinen. Gut, aber die Icefall Cave, von die ich mich lustigerweise gar nicht mehr erinnern kann. Ja. Werden wir beim nächsten Mal machen. Und schauen wir mal, wie weit wir kommen. Und bis dahin sage ich, peace, ich bin draußen. Auf Wiedersehen.